Und wenn ich rieche, den Flie von Mama, so werde ich ein starker Mann. Kameraden, wir haben keine GTA-Sterne mehr. Wir sind endlich frei! Langsam, unsere Flucht ist noch nicht zu Ende. Professor. Ich bin der Chef. Was soll das? Wir haben jetzt so viele Millionen und sollen immer noch Unterricht bekommen? Wir haben verarscht, die Polizei, aber jetzt kommt das Schwierigste. Zu entkommen von der FBI. Mit unserem Geld habe ich gekauft, Bitcoiner, jeder kriegt Anteil. Was ist das? Gefälschte Ausweise und euer Anteil von der Beute als Bitcoiner. Und jetzt verschwindet, ich will nichts erwischt werden von der FBI wegen euch. Wer dich erwischt und es ist eure Schuld, dann habt ihr ein Problem mit mir. Und jetzt verschwindet alle. Von meinem Chef los! Danach hat sich unser Team aufgeteilt auf viele Länder auf ganzer Welt. Nach ein paar Monaten wurden zwei Idioten erwischt. Tokio und Rio. Rio hatte gekauft eine Telefone auf der Markt und wurde abgehört von FBI. Tokio konnte entkommen. Aber dieser Idiot Rio war zu dumm, um wegzulaufen. Und so musste sich unser Team wieder treffen, um diese Probleme zu lösen. Was für ein Haufen Scheiße. Ich will wissen, warum. Verflucht doch mal, wir hier sind. Wir helfen Rio. Sie tauchen ihn in eine Badewanne mit einem Handtuch über seinem Kopf. Findest du das okay? Tokio tut mir leid, aber das ist nicht mein scheiß Problem. Und wenn Rio uns verrät, dann sind wir alle am Arsch. Hast du verstanden? Er wird uns verraten. Deshalb müssen wir ihn retten. Wir sind ein Team. Oslo, Moskau und mein Bruder Pristina sind alle drei gestorben wegen Tokio. Wenn diese Hosen gescheißter Rio uns verrät, wird das FBI uns morgen erschießen. Das wird ein Krieg gegen der System-Cousin. Da wären wir wieder. Wir sind zurück. Willkommen zurück zu Unterricht. Wieso Rio verhaftet und abgeschoben wurde, war weil er keinen deutschen Pass hatte. Und das werden wir ändern mit unserem Überfall. Das wird ein Zeichen. Professor, kommen Sie zur Sache. Wir brechen ein in die... ...deutsche Passdruckerei. Jeet-Kun-Do. Jeet-Kun-Do ist die Kampfkunst von Bruce Lee. Auf Kinesisch heißt das Weg der Faust. Oder auch auf Deutsch Weg der Gewalt. Und deshalb benutzen wir Jeet-Kun-Do. Wie soll das gehen, Professor? Wir organisieren eine Demonstration und bringen die Leute komplett zur Eskalation. Die Leute werden schreien, wir wollen einfach umbringen. Aber dann, perfekte Ablenkung und dann gehen wir rein mit unserem Panzer. Jeet-Kun-Do. Tokio, natürlich ist Rio ein Idiot, aber dieser Idiot ist auch ein Teil von unserem Team. Rio wurde festgenommen, weil er keinen EU-Ausweis hatte. So läuft das in ganz Europa. Asylanten werden behandelt wie Dreck. Aber wir, wir werden das ändern. Und deshalb klauen wir die Platten der deutschen Passdruckerei. Das wird der größte Überfall. Die Geiseln dürfen nichts durchdrehen. Um sie zu beruhigen, bieten wir an, eine deutsche Pass. Sie können dann selbst entscheiden, was sie wollen. Freiheit oder doch die Staatsangehörigkeit. Pristin, bist du verrückt? Dieser Plan wird niemals funktionieren. Bruder, vertrau mir, der Plan ist perfekt. Oh, Bodol, wir werden alle sterben. Bruder, das ist der größte Überfall in ganz Geschichte. Wie sollen wir Rio retten? Durch einen Raubüberfall. Wir werden ihn durch einen Raub retten. Hab ich doch gerade gesagt, du Idiot, hast du nichts aufgepasst im Unterricht? Das wird ein Angriff auf der ganze System. Das wird ein Krieg gegen die Politik. Und was stehlen wir? Die Platten. Wir klauen die Platten der deutschen Passdruckerei. Und die Idee hatten sie? Heute Morgen einfach so? Der Plan ist nix von mir. Von ihrem Vater? Nein, von meiner Bruder Pristin. Hey, Pristin! Bruder! Hey, Küssingstv, ich bin's, Berlin. Auch bekannt als Pristina. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ich grüße all eure Followers. Passt bitte auf euch auf, ja? Alles wird gut. Yo, Freunde, was geht da, was geht da? Wie hoffen wir, dass ihr euch gefallen, Freunde? Freunde, der Haus des Geldes ist endlich zurück. Vergesst nicht zu liken. So, kommentieren. Und aktiviert die Glocke, Freunde. Bombardiert bitte den Like-Button. Diese Folge hat über 30 Stunden gedauert, bis wir das alles fertig gemacht haben, Freunde. Deswegen liken, 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 soviel ihr könnt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Und wir sehen uns beim nächsten Video. ARD Text im Auftrag von Funk